wie kannst du nur wo soll ich droppen bevorzugt schule sollte sagen wie viele leute in der schule sind keiner außer du das ist korrekt es hat wirklich im solospiel geht da keiner hin spielst du squads sind da drei squads oder vier zwei sind hier zwei weißt du was das für eine palliot abgeht wenn du im squad first person landest im first person meiden die leute weniger die städte tatsächlich fand ich zumindest gehen die mehr in die städte rein rein sie die städte aber gehen mehr in die städte nein meiden sie weniger die städte nämlich ist die sks mit ich will es nämlich so ich dann nehme ich so warum tust du das gib mir das ks jetzt bewusst das block in der schule dumme idee ist mit der spritz ich wieso kann ich mit vier meine granate nicht mehr auswählen was ist denn das wer hat denn das umgelegt du bist jetzt zum puzzle häuser entfahren ist das dein ernst oder ist es nur noch markiert von vorher ja klar da oben lassen wir lieber gadgar fahren oder sowas oder da oder lass den airdrop holen der jetzt nötig von uns da rum dümpelt er hat ihn nicht gedroppt keine angst ich sag schon ich sehe dich da oben da oben da ok jetzt sehe ich ihn nicht mehr aua das auto würde ich jetzt in der nächsten gelegenheit lassen oder in der nächsten gelegenheit wechseln naja oder einfach stehen lassen und so weiterlaufen oder so weiterlaufen alter wenn du leckst grad hart wo zölle ist denn offen keine ahnung ich sehe ihn nicht wahrscheinlich irgendwo bei der schule runtergegangen hier vor uns und hier ist mit sicherheit leute wo du jetzt hin fährst ja das war nicht geplant wieder mal raus und hier ist offen ja ja in der schule wurde übrigens geschossen zwischendurch suck die dick, suck die dick, suck der mutterfucking dick bestimmt nicht was ist das? warum ist das Haus hier zu? warum ist das Haus hier zu? ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht offen ich bin nicht ich bin nicht du hast du den bein drauf oder was? nein wir wollen sich auch irgendwann mal endlich raus fixen den scheiß bein Der macht halt den ganzen Dacken. Geht erstmal Deckung bevor du rumpallerst. Er ist doch an dem Auto jetzt dort, ne? Richtig. Tot. Nice. Du, du schießt? Ja. Hat der irgendwas schönes? Pain-Killer, Zwar, First Aid Kits. Also alles das, was ich nicht hab. Oh, der hat ne Mini-14. Nehme ich mir mal. Meine Pan. Holy shit, Alter. Ich dachte gerade, ich bin komplett behindert. Ich gucke einfach nur auf die Straße. Läuft da, ne? Und siehst du da einfach nur so random, ja, ja, da läuft einfach random einer. Right über die Straße. Brauchst du einen Red Dot noch? Ah, Red Dot hab ich. Aber hier wären dann wahrscheinlich auch Leute gewesen. Ja, hier ist offen. Wieder. Bei Sicherheit ist das klasse, das ist die Leute gewesen. Was? Da kommt was. Ja, hier oben. Ja, ich lieg hier im Boot. Ich hab nur ein bisschen gehettet. Ein Pain-Killer würde ich wohl doch nehmen. Ich dachte, ich hab einen, aber gar nichts. Wolltest du jetzt hin, die gelben Dinger noch hier looten, oder? Ne. Ich wollte mich hier vorne hin. Hinter uns? Wieder oben. Steht übrigens ein Buggy über uns. Kirche. Ne, doch. Kirche. Läuft da noch. Hier ist der Compound. Da würde ich viel eher hingehen. Lass mal ein bisschen... ...umkreisen. Wir haben hier keine Deckung. Nur ein einziger Compound. Und... ...Shit. Ja, der geht auch runter in den Berg. In Downs ist auch was. Das ist ja der Ding. Ja, gelbe Häuser im Norden. Lass uns die Typen zuerst holen. Ja, pushen kannst du halt im Third-Person-Licht. Da bist du ein bisschen der Kack daran. Ja, doch. Pre-fire. Das ist das Einzige, was du machen musst. Ja, aber wirklich jemanden wegpushen, indem du dich sozusagen an sie ranbewegst und dich so überrascht, das geht halt nicht. Fahrzeug rechts. Nach oben. Ah, ne. Das ist das Flugzeug. Ne, ne. Ich seh den Typen sogar. Der liegt hinter den gelben Häusern im Gras. Siehst du ihn? Nein, ich weiß nicht, ob das Deckung geht. Tod. Ja, schön. Lass mal da hin. Aber der hat auf irgendwas in den Häusern geschossen, glaube ich. Ja, sicher halt. Ich hab den sozusagen in den Häusern... Ja, wobei. Wir können noch warten, bis die anderen kommen. Die müssen ja herkommen. Ich hab denen in den Häusern quasi gerade geholfen. Aber weiß auch nicht, was da jetzt noch drin hockt. Ich will den Typen eigentlich gern looten, bevor die Zone kommt. Da irgendwann. Ja, dann. Ich würde einfach außen rum rufen, den Typen holen und dann wieder weg. Ja, okay. Also hier sind auf jeden Fall welche drin. Alles offen und da steht auch ein Auto dran. Aber hier natürlich keine Deckung mehr. Wenn die jetzt uns sehen, ist scheiße. Das war ein Problem, ja. Komm schon, gib uns zwei Vierer, Kollege. Habt ihr jetzt auch keine Scopes oder was? Ich hab'n Zweier. Oh, da werden Smokes geworfen. Oh, mir hat'n ja Smokes geworfen. Auf der Seite. Äh. Oder ist es echt nur um... Ja, da läuft jemand. Ja, ich seh' ihn. Sind zwei. Einer weiter hinten. Die laufen. Auf, 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 auf. Mitgegeben, ja. So, sowieso. Einer ist weiter rechts. Übers Feld. Wo steht der andere? Direkt hier hinter der Ridge bei mir. Das war close, das fack. Ja, der ist direkt hier hinter der Ridge bei mir. Ich seh' ihn halt nicht durchs Gesicht, da ist da vorne. Das sind beide. Weiter im Südwesten hinter der Ridge oder direkt vor dir? Äh, Süden, Südosten. Direkt. Zehn Meter. Jeder hat kein Movement, ist das Problem. Die liegen, sie hat er hintergelegt einfach. Ich hab' ne Flash, ich werd' da mal ne Flash rein. Ich krieg' ne Drop, direkt nach der Ridge. Du kannst dich nicht irgendwie nach rechts oder links bewegen, oder? Achso, du bist schon links von denen. Richtig. Ich geh' auf Steps, aber ich seh' keines. Das ist das Problem. Okay, sind sie nicht mehr? Ich seh' sie nicht. Doch, doch, doch. Das ist er von über uns. Der eine ist weggerannt. Wohin denn? Ich mülde euch mal kurz. Weiter im Südwesten. Das ist er. Ah, am Baum. Westlich von mir. Ja, ich versuch' hier ein bisschen zu rennen. Also, du darfst so rum. Ja, halt den Typen da vorne links. Direkt an dem Westlichbaum da oben. Okay. So, 5'5 von mir, der Baum. Ja, ich hab' ihn gehört. Aber ich weiß nicht, wo der zweite Dude ist. Ah, jetzt kommt die fucking Zone. Der ist immer noch am Baum. Der ist noch ne K, weiter. Aber der ist noch ne K, weiter oben. Ja, der schießt auf mich. Lauf weiter rum. Tot. Aber der andere noch nicht, oder? Doch, doch. Der andere hast du doch genockt. Achso, der andere. Das waren die beiden. Sehr schön. Danke. VSS haben die halt. Und so'n Scheiß hier. Ja, willst du ne K, oder? Ne, ich will keine K, Alter. Magst du keine K? Dann gib her, dann kriegst du meine SKS. Ich hab' nur Mini-Fourteen. Oder so. Ich nehm' die K lieber, als die SKS, weil die SKS noch fast nackt ist. Ja, bei mir ist die Mini-Fourteen auch fast nackt, aber viel gibt's halt auch nicht. Hast du Scope? E'n Vierer, ja. Ja, weil der hat auch nur n Vierer. Kann der uns noch n Zweier geben, wenn du willst? Ne, ich hab' auch n Vierer. Alles gut. Ähm, haben wir den irgendwo n Helm zerschossen? Haben die überhaupt n Helm gehabt? Ja, ich hab'n Zweier von dem Typen genommen. Ja, okay. Der war... Der war noch pristine. Der hat gesnackt, weil ich hätt' nur n Einser. So, sind wir den Typen nämlich looten wollen, doch nicht gelootet, weil er zu offen lag. Ja, alles egal. Kommt weiter Richtung Zone. Hier wär' noch ne Pan gewesen, aber ist egal. Gattgar-Felder. Und dann ist doch ne K ganz nützlich auf Gattgar-Feldern. Ja, die ersten, die sich da hinbewegen und sich einnisten, haben natürlich nen kleinen Vorteil. Naja. Der werden aber Leute im Sicherheit schon sein, jetzt. Oh, die Zone kommt, Alter. Oder wir gehen halt hier nach Osten am Berg lang, äh, nach Westen am Berg lang, das ist die andere Option. Da geht doch gerade der Airdrop runter. Naja, dann lass ich... Wir müssen... Wir müssen erstmal rein, glaub ich. Die Zone wird langsam wehtun, wenn die ankommt. Wird die wahrscheinlich wehtun. Wird die Augen ein bisschen offen halten. Besser halt noch im Süden, ne? Da in den Häusern. In der Zone bis... bisschen hinlegen. Ja. Weil das ist das einzig sinnvolle, was wir mal gerade machen können hier. Glaub hier vorne, in den ganzen Buschfeldern liegt schon irgendwer. Oh, ich bin drin. Äh, 195, 210 ist, glaub ich, was gelaufen, bin ich mir nicht sicher. So sah so aus. Oh, fuck. Ich laufe einfach mal direkt quer in die nächste Zone, ne? Ja, komm zu mir, dann kommen wir da. Ja, ich laufe hier vorne, ja. Schon so quer rum. An dem Compound da drüben wird geballert. Einfach mal Harakiri quer über dem... ...über alles. Problem ist... ...so weit reicht die... ...scheiß krass... ...das Grasrendering nicht. Ähm, 150, 165 ist ein Gegner gelaufen. Hinter mir ist ein Schalldämpfer. Musst mal kurz einen anschießen, der im Busch lag. Ne, der hat im Busch gesessen. Ich hab nur einen Schuss gegeben, der ist weggelaufen. Ja, ne, ne. Ich sag Richtung Norden irgendwo. Irgendwo in die Richtung, aus der wir kamen. War ein Schalldämpfer. Ne, der ist, glaub ich, hier unten im Südosten. Sicher? Hört sich für mich zumindest an. Scheiße, die Dinger zu lokalisieren, Alter. Ja, für mich hört sich das so an, ja, dass die hier beim Compound sind. Ja, doch, klar. Ich bin übrigens gerade auf der Grenze. Ich weiß nicht, willst du noch ein Stück reinkommen, irgendwie? Ich komm sofort. Ah, da ist wieder einer gelaufen beim Compound. Ja, im Compound gefeilt. Ich guck in Nordwesten. Auch in Nordwesten, oder so die Richtung. Ich denke mal da im Compound hoff auch noch irgendjemand. Da kommt ein Auto. Oh nein, das ist nicht gut. Faggie fährt hier rum. Fährt, fährt, fährt. Hat nicht angehalten. Äh, ge movement wieder, 165. Am Auto. Ne, weitergelaufen. Sein Joggie. Biss an, gerade. Oh, Headshot aus. Knockout. Oh, sehr schön. Direkt wo er, da läuft aber sein Mate hin. Hat ein Hit. Vorsicht, ich muss ein bisschen an dir vorbei. Der möchte den Kill gesnackt. Sehr schön. Also der Typ ist tot, aber ist nicht mein Kill geworden dadurch. Da ist irgendwas dickes, M24 oder so. Südlich von dir, südlich von dir. Ist dann gerade ein Ridge runtergelaufen. Hab's gesehen. Ah, kein Hit. Baum. Welcher Baum? Ich wollte jetzt tatsächlich eher nach Nordwesten laufen. Ja, bin unterwegs. Auf dem Bait. Ich lag ja mit. Augen auf den Stein. Oh, der ist sogar noch drin. So gut wie. Und hier Stein. Der Stein. Hier sowieso Ridge und alles. Ah, doch. Hier sind ein paar Hügelchen drin. Ja, ja. Irgendwas. Hast du den Baum hinter mir? 955. Ja, wenn ich jemanden sehe, der sich bewegt. Loll, der Buggyfach fährt jetzt noch rum. Alles klar, soll er mal machen. Wo will ich denn hinfahren? Er hat einen Hit von mir. Sehr schön. Down. Einer war noch im Süden. Hab ich Schüsse gehört. Und im Westen war noch ich. Ja, ja. Ich hab auch alle gehört. Da entsteht noch ein Moped. Auf Süden. Die werden natürlich jetzt nicht rausgucken, solange sie nicht müssen. Korrekt. Das ist es halt. Irgendwie müssen wir mal aufpassen, nicht dass hier im Süden, Südosten jemand rumkriegt. Guckst du nach Westen? Dann gucke ich hier Süden, Südosten. Ja. Da ist auch noch ein Stein. 195. Da kriegt jemand im Feld. Ja, 255 müsste auch noch irgendwas gewesen sein, glaube ich. Aber dann kriegt da wieder jemand irgendwo rum. Wo war hier rum? Was ist das Problem gerade? Selbst wenn es Geräusch macht, bleibt auf keinen Fall still liegen. Immer noch nur ein Einserhelm. Äh, 195. Was ist da? Sie ist nicht. Als ob da einer im Busch liegt. Doch, da bewegt sich was im Busch. Man schießt drauf. Sie ist nicht. Oder ich habe einfach nicht geht. Das kann auch sein. Du hast das dumpfe Gefühl, dass sonst gleich... Einer von hinten überrascht oder was? Richtig. Na klar, ich komme in die Zone und dann müssen wir mal rein... Rennen, sozusagen. Für Pussis, Mann. Das macht doch sowas von keinen Spaß. War das deine Nade? Ja. Ups, das war glaube ich... Das ist aber glaube ich ein HE. Jupp. Aber das sind meine Smokes, ja. Wäre lustig gewesen, wenn du das bekommen hättest. Das ist halt third person. Das ist direkt vor mir im Busch. Direkt im Busch, richtig. Aber ich habe nicht gesehen wo, ich habe nur gehört. Hinter dir, direkt hinter dir der Busch. Hinter mir? Wow. Das war vor mir, das hat sich voll vor mir angehört. Tut mir leid. Ach, mies. Da hast du diese Buschkippersche... Wir hatten ja die Zeit, hätten noch die Büsche einzeln reinschießen können. Immer so ein Hit und gucken, ob der Blut spritzt. Ja, das wäre ganz bösen. Aber wie heißt du so schön hinterher, ist man immer schlauer. Das wäre ganz böse. Untertitelung des ZDF, 2020